Mein Name ist Fabian Henrichsen, ich bin Vorstandsvorsitzender der Henrichsen AG. Wir sind führender Lösungslieferant im Bereich kaufmännischer Geschäftsprozesse und digitaler Akten und primär unterwegs im süddeutschen Raum, der Österreich und der Schweiz. Mit Saperion verbindet uns seit gut zehn Jahren eine sehr intensive und erfolgreiche Partnerschaft. Saperion ist für uns ein sehr wichtiger Lieferant, einer der wichtigsten Hersteller in der DMS- und ECM-Branche in Deutschland und verfügt über ein sehr umfassendes ECM-Lösungskortfolio, angefangen von der Basisarchivierung bis hin zu wirklich einer mächtigen BPM-Suite. Darüber hinaus ist Saperion einfach schon lange am Markt und bietet dadurch den Kunden als auch uns als Partner eine große Investitionssicherheit. Was ein wichtiger weiterer Punkt ist, ist die Innovationskraft von Saperion. Es gibt in dieser Marktbranche, im gesamten IT-Markt, viele, viele Entwicklungen wie Social Media, Cloud, Big Data, die einfach die Branche verändern und auch das Arbeiten der Menschen am Arbeitsplatz verändern. Und hier braucht man innovative Lösungen, um die Anforderungen der Kunden abbilden zu können und dies bietet uns Saperion. Und neben dem, dass uns Saperion ein sehr starkes Produktportfolio, eine Lösungskompetenz bietet und eben auch die entsprechende Innovationskraft, möchte ich hervorheben, dass einfach die Zusammenarbeit mit Saperion einfach Spaß macht. Also man kommt immer wieder gern nach Berlin zu den Leuten, man kommt gern zu Saperion, auch wenn man die Leute zu sich ins Haus holt, man sich auf Veranstaltungen trifft oder auch gemeinsam zum Kunden geht. Das ist immer in einer großen Einheit, macht Spaß und es geht nach vorne. Auch wenn es neue Themen gibt, das ist mit Saperien in der Zusammenarbeit sehr unkompliziert. Das heißt, man bespricht ein Thema und dann ganz unkompliziert krempelt man die Ärmel hoch und beide sagen, okay, jetzt packen wir es an und das machen wir einfach und am Ende feiern wir gemeinsam die Erfolge. Und was mein wichtiger Punkt ist, auch wenn es mal schief geht, dann zieht man gemeinsam den Karren aus dem Dreck und das ist für mich ein wichtiger Punkt in der Partnerschaft. Wir haben über die vielen Jahre der Zusammenarbeit unterschiedlichste Aktenlösungen und auch Standard-Aktenlösungen entwickelt. Wenn ich etwas besonders herausheben möchte, ist das ein Modul, das ist die Saperion Bridge von Navision, die wir entwickelt haben und die wir sehr intensiv sowohl im Endkunden- als auch im Partnerbereich einsetzen und dadurch ein sehr reibungsfreies, sehr integriertes Arbeiten für die Anwender im Dynamics Navision Umfeld bieten. Und das ist ein großer Wettbewerbsvorteil, den wir an der Stelle haben und den wir sehr aktiv auch über Partner vermarkten. Im weiteren sind diverse Schnittstellen zu Datenbank-Applikationen entstanden und unser Ziel ist es immer, die Saperion-Lösungen sehr tief integriert in die jeweilige ERP-Landschaft oder eben die führende Applikation bei unseren Kunden zu bringen. Was sind die Vorteile? Die Vorteile für den Kunden sind einfach, dass er sich in seiner führenden Applikation bewegen kann und wir bieten neben individualisierten Lösungen ganz klar auch Standards. Standards für den Mittelstand, wo der Kunde aus den vielen hundert, über tausend Projekten Erfahrungen, die wir als Lösungsanbieter mitbringen, profitiert, denn diese fließen in diese Best-Practice-Standards ein. Und darüber hinaus hat dann der Kunde auch die Möglichkeit, individualisierte Geschäftsprozesse anpassen zu lassen und somit ein optimales Arbeiten mit Saperion in Zusammenarbeit mit Henrichsen sicherzustellen.